Wir gucken uns jetzt eine wunderschöne Folge iRacing Idiots an und dann mache ich heute wirklich mal einen entspannten fürs Wochenende. iRacing Idiots of the Week. Oh, Chad, hier ist was Schönes. Ich finde das übrigens total toll, dass wir nicht mehr Back-to-Back fahren, Chad. Ich sag's, wie es ist. Ich finde das wirklich total geil, weil jetzt habe ich nämlich genug Zeit, mit euch noch ein bisschen zu quatschen, ein bisschen runter zu kommen, nicht angespannt ins nächste Rennen zu gehen. Ich finde das sehr gut, dass wir 2024 wirklich einen sehr guten Progress machen. Muss ich ganz ehrlich sagen? Finde ich schön. Also iRacing Idiots of the Week. Folge 18. Zündung. Oh, oh. Oh, no. Oh, no, 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 no. Oh, no. Passt der da durch? Oh, ha. No. Einen Scheiß. Oh, nö. Oh, der ist ja be... Das erinnert mich an mich selber, an meinen Prima-Region, den ich gestern gemacht habe, aus Versehen. Oh. Einfach synchron rausgedreht, wie geil. Oh, das war Dead Code. Oh, fängt er den noch? Oh, das wäre krass gewesen. Wo wollte er denn da hin? Einfach rausgeschoben. Ne? Heu ich jetzt auf dich her... Oh, no. Oh, LMDHs. Das sah aber auch wirklich danach aus, als wenn das Lenkrad disconnected ist, oder? Das sah auch aus, als wenn das Lenkrad disconnected ist. Oh, shit, nein! Oh, shit, nein! Was ist ein Scheiß? Was ist ein... Warum steht der da einfach? Ob der doof ist? Oh, lol. Oh, oh, was kommt denn jetzt? Oh, was kommt denn jetzt? Nice try, buddy, I guess. Oh, das war doch schon intentional, oder? So wie der da reingezogen ist? Ey, gelbe Flagge, ich sag's immer wieder, meine Damen und Herren, gelbe Flagge ist wirklich einfach nur optional. Es ist einfach optional. In Simracing musst du, gelbe Flagge kannst du einfach ignorieren. Scheiß drauf, das Unfall ist, wir committen einfach Full Throttle. Die haben sich eingehakt, Junge. Was ist denn da passiert? What the fuck? Einfach das Rad abgebrochen. Huch! Oh, das war knapp. Bang, bong, zing, der ring. Ich bin froh, dass ich keine Hockenheim-Woche gefahren bin. Ich glaube, ich bin irgendwas anderes gefahren. Fährt da einer eine Tinder-Livery? Habe ich das gerade richtig gesehen? Super Idee. Spitzenidee, die ihr da gerade habt. Klar, das wird richtig... Oh, da wird sich noch in die Ritze reingedrängt. Nope. Weggeschoben auf Doom. Zack. Alter, der ist halt komplett... Oh, der ist halt komplett... Gelbe Flagge ist halt wirklich einfach optional. Alter, guck dir das Auto an. Das ist halt einfach non-existent. Das ist einfach nur noch non-existent. Klar, fahr doch noch mal rein. Fährt da noch einer rein? Oh, da hat jemand die Bremse gefunden. Ich gehe krachen. Hui! In this moment, he knew, he fucked up. Oh, Mann. Oh, da ist auch gleich noch einer reingefahren. Oh, no. 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 Oh, das kann nicht gut werden. Der hat nicht mehr hinten. Ja, der hat da keinen Scharboiler mehr. Nope. Oh, nice catch. Hä? Wo wollt ihr denn hin? Ja, tu. Am Arsch dran, wie wir so schön sagen. Ja. Boah, absoluter Win. Absoluter Win. Äh, du, du hast da was vergessen? Pff. Was? Was kommt jetzt hier? Oh, lol. Huch. Huch. Ne, Bremsen. Bremsen ist wirklich, das ist auch optional. Das ist alles optional. Das ist alles optional. Gelbe Flagge optional. Bremse nach dem Crash halten. Auch optional. Alles optional, Leute. Das muss man, das muss man, das kauft man auch nicht dazu. Das ist eine Zusatzoption. Nee, 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 einfach Gas geben. Und gelbe Flagge ist wirklich auch tu. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Und Schluss ist es mit dem Rennen. Oh, das war ein Dreier. Oh, oh. Das war ein Dreier. Hier geht alles. Open Wheeler ist auch immer so ein Selbstmordkommando, ne? Oh, 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 oh. Ist das schon eine Love-Story hier? Bing. Hätte ja klappen können. Es hätte ja klappen können. Oh, Monster Turn 1. Wir wissen alle, was hier passiert. Ah! Ah! Oh, no. Oh, du, der Autowagen, der ist nicht mehr. Oh, oh. Nope. Nee, du, ich glaube, der läuft nicht mehr so. Nee, nee, der läuft nicht mehr so rund, du. No, no, no. Das ist, äh... Ich glaube, er versucht noch, aber nee. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt das Towing von der Zeit her eingespart hat. Einfach synchron rausgedreht. Schön mit dem Öl. Rennen vorbei. Ah, du, hinten. Das Scheißzeug brauche ich eh keiner. Aber er hat geliftet. Er hat geliftet. Er hat drauf reagiert. Er hat ihn komplett aus dem Leben genommen. Boah, der hat... Nee, da hat einer drauf reagiert. Ich geh krachen. Oh, okay. Hoop. Rennen vorbei. Oh, you got wheeled. 4 zu 3, Single-Screen-Fahrer. Ich sag's euch. Das ist seine Entschuldigung. Jo. Da kannst du ja wirklich nicht viel machen. Oh, hier wird gezündet. Da wird sogar... Ui. Ja, man hätte auch vielleicht noch ein Stück nach rechts fahren können. Um den Weg zu verlängern. Hätte man... Oh, du Magadir, fehlt ja ein bisschen was. Huch. Gleich zu zweit. Okay. Interesting. Du, ich glaub, dein Hinterrad ist ein bisschen blockiert. Okay. Was ist hier zu erwarten? Ähm... Hä? Das hab ich jetzt... Das hab ich... Den letzten hab ich jetzt nicht verstanden. Äh, aber... Ey. Okay. Was auch immer da los war, ähm... I don't know. Wir werden's nie erfahren, Leute. Wir werden's nie erfahren, was da los war. Wir werden's nie vergessen. Vielen Dank.